Wir sollten mal wieder ins Theater gehen. Ich hasse Theater. Ich habe noch nie ein Stück gesehen, das mir gefallen hätte. Ja, aber dann wird es Zeit. Herr Byrd sagt, der Regisseur ist gut persönlich. Theater von dem Theaterhaus am Bildmusik von Herrn Byrd. Das wird der Knaller. Außerdem ist ein bisschen Abwechslung zwischendurch. Gar nicht mal so schlecht. Ich weiß nicht. Du fährst? Du zahlst. Ja, wir stehen auf der Liste. Ich meine die Drinks. Ich nehme nur vom Feinsten. Alles außer Champagner. Okay. Okay.